Hallo, ich bin Martin Wessler, Stuttgart, ich bin ÖDP-Mitglied seit 10 Jahren jetzt. Obwohl die ÖDP so relativ erfolgreich ist, ist es dort für mich die einzig wählbare Partei. Und ich wünsche mir von der ÖDP und am besten auch von allen anderen mehr Respekt vor Menschen und Umwelt. Vielen Dank.